Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge What of Worship! Selbe Aufnahme-Session, Delia ist immer noch am Feiern. In der letzten Folge mit dem Flugzeugträger. Ja, das Rammeln hat nicht ganz hingehauen, wie man so wollte. Ach, das sah so klasse aus. Als ob sie mal kurz winken möchte, hallo! Lieber Jomming ist startklar fürs Gefecht. Die Kuma ist auch bereit. Nee, nee, Kuma ist auch bereit. Willst du dann auch noch mal rammeln? Nee. Nur mit dem Flugzeugträger, wenn ich nichts mehr habe. Und wenn ich bis dahin komme. Wunderschön, ey. Da fährt sie drauf zu, wirklich. Hat noch sehr viel Leben, designen sie sehr viel Leben. Und was macht sie dran vorbeischippern? Schön, hier ist jetzt nur ein Flugzeugträger. Toll. Bin ich mit dem Flugzeugträger rein, dann sind es zwei. Okay. Ah ja, sehr schön. Hm. Ähm, ja. Ähm, gut. Keine Ahnung wohin. Wohin? Ja, keine Ahnung. Such dir mal was aus. Ich schippere dir hinterher. Was? Ja, du grobi. Äh. Ja? Äh. Ich hab keine Ahnung. Wieso nicht? Ich hab keine Ahnung. Wieso nicht? Ich hab keine Ahnung. Alles klar. Jetzt ist es aber zu viel. Was zum Humpen. Wo wollen wir denn hin? Na, A und B wird eingenommen. Okay. Hm, ich würd sagen, ja, keine Ahnung. Was denn jetzt? Na, B und A. A und B. Ähm, was ist mit dem kleinen Zerstörer hier los? Der hat er nicht? Nö. Dann nehmen wir A ein. Bitte, 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 hört sich das an. Bitte, bitte, bitte. Mach während, geht los. Muss B. Cool. Alles klar, wie war ne A. Pass auf, jetzt fährt er und dann in dich hinein. Ja, hundertprozentig. Mit Sicherheit. Die werden doch alle nach B fahren, oder? Äh, nö. Oh, jetzt bewegt er sich mal. Und fährt auch ne A, oder was? Schön. Bestimmt Internet. Vermutlich. Weil jetzt gehen alle Schiffe Richtung... Oh, drehe ich jetzt zu B ein, aber das wird mein Untergang. Hoppala. Nein! Er ist einfach geradeaus. Ja? Ja. Aber bei B ist noch keiner. Ja und? Wahrscheinlich ein Zerstörer. Was tut er? Keine Ahnung. Ich bin übrigens entdeckt. Ich auch. Und du bist viel zu nah. Oh. Das hört sich ein. Was hat mich jetzt bitte entdeckt? Wahrscheinlich ein... Das stimmt. Ah, da, da geht schon, da geht schon was los. Hä? Das freut ich jetzt nicht. Ah, ein kleiner Zerstörer direkt voraus. Guck mal, ob ich treffe. Es waren genügend Murmeln. Ah, verdammt, der ist ja nahe. Die Tartelle! Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, ich bin weg. Ja, wie soll's? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Und ich bin weg. Ah, ich prüße 2. Oh! Danke, das ist wirklich ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Kann mal der Verstörer ein bisschen schneller fahren? Nein. Der will nicht. Gut, den sehe ich nicht mehr. Na gut, danach B. Äh... Okay, ich fahr hinter den. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Ich dreh noch mal. Ich dreh noch mal. Ey, der hat meinen Hintern abgeschossen, was war denn das? Bitte schieß jetzt nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Hab gebremst! Sobald sind die halt schon so weit geflogen. Ja, ich mach hier einen. Fettschlinge. Oh, was war das? Ich hab schon weit nicht vorgehalten. Oh, was. Ja, ich hab da halt nicht anpassiert. Ja, ich hab da halt nicht anpassiert. Volle Kraft. Voll raus. Ich hoffe, der kommt nicht rum. Ja, oh, er kommt nicht rum. Schnell, 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 schnell. Du bist raus. Bitte, 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 bitte. Würdest du mich verarschen? Da hängt der Fettpferd rückwärts und ich treff noch nicht einmal. Ja, das ist doch üblich so. Üblich so. Das ist sogar die... Ich geh jetzt auf. Wo? Hm, bei mir geht's wieder weg. Jawoll! Gegnerische Kreuzer gesunken. Ich weiß auch nicht. Stehst du etwa? Ja. Darf ich nicht? Doch, doch. Alles in Ordnung. Jetzt. Ich hab Luiz Ist wird gepanzert Götter ist das Schlachtschiff entdeckt! Ah ja, die fliegen eh dann. Hä? Wo ist denn das Schiff hin? Wo ist denn das Schlachtschiff? Wo ist denn das Schlachtschiff? Wo ist denn das Schlachtschiff hin? Ihr seht es nicht mehr. Och Murmeln. Euer Ernst? Götter ist ein Kreuzer entdeckt! Wo fliegen meine Murmeln hin? Wie hab ich die doch nicht dorthin geschickt? Oh mein Gott. Hm. Hervorragend. Oh, jetzt ist es weg. Das ist ein bisschen kaputt an hier bei mir. Hm? Habe ich hier Soundbuck oder so? Ja, irgendwie verschwinden bei mir die Schiffe. Ja, die fahren da im Nebel rum. Daran liegt es nicht. Okay, da komm ich nicht ran. Ja. Interessant. So. Uh, Insel voraus. Hört sich immer an, ob hier ein Schuss vorbeifliegt. Dabei fliegt hier gar nichts vorbei. Auf dem Soundbuck. Da komm ich nicht ran. So, ein Kreuzer haben wir noch und... Zerstörer ist da unten. Schlachtschiff ist bei mir unten noch. Oder ich weiß. Vielleicht sollte man da nach unten. Da ist bestimmt der Flugzeugträger. Ja. Flugzeugträger müsste, glaube ich, bei C sein. Naja, weiß ich nicht. Flachtschiffe hat er da hinten nicht so. Ja, der wird von vier Schiffen bombardiert. Unser Sieg ist in Sicht. Huch. Ey. Hab deinen Schuss gerade vorbeifliegen gesehen. Nein. Eine Mome hat die trocken. Im Zuwartgefecht trifft immer eine Mome. Oder gar nicht. Alles klar. Ich hab Flugzeugträger entdeckt. Hab Flugzeugträger entdeckt. Alles klar. Ich seh ihn auf. Schnapp ihn dir. Der wurde jetzt zerstört gerade. Äh, äh, Zerstörer wurde zerstört. Jetzt sehen wir den Flugzeugträger nicht mehr. Pass auf, ist das Schlachtschiff auch. Naja. Problem gelöst. Ein. Dafür hab ich glaube ich, hab ich jetzt das Flugzeug, den Flugzeugträger wieder entdeckt? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab ihn aufgeteckt glaube ich. Ich weiß es nicht. Du kriegst die volle Breitseite, schätze. Nein. Und nicht vergessen. Ich hab' dann die Fläche. Ich hab' dann eine Fläche. Ich hab' dann die Fläche. Oh. Oh. Zeit vorbehalten. Da wieder weg. Wo ist das? Oh. 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 Ich würde sagen, das sieht doch gut aus. Irgendwie wird der Flugzeugträger auf mich los. Das ist gut, dann brauche ich eben zu Slalom laut. Ist das schlecht? Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg! Freitreffer! Oh, jetzt bin ich weg! Alter, warum ich? Was hast du gekriegt? Oh, jetzt steh ich hier alleine. Naja, jetzt bin ich gleich raus. Äh, schießt auch mal jemand? Würde ich gerne tun, wenn geladen ist. Alter, warst du das gerade? Ja, Mann. Ich habe gerade ein bisschen geträumt. Du träumst, wenn ich hier rumballern? Ja, ich habe gerade überlegt, was ich als Dauerwerbesendung wieder einbringe. Wieso Dauerwerbesendung? Du brauchst keine Dauerwerbesendung. Damit die Zuschauer auch, ja, am Arsch sind. Oh, ja. Wenn sie dieses Produkt dann kaufen. Am Arsch. So bei den Eiern schon wieder mal. Lass doch mal die Leutchen in Ruhe. An den Eiern. Ich bin Zweiter. An den Eiern. Aber sowas von an den Eiern. Schön, aber wie sieht es denn aus? Kann ich denn... Kann ich denn jetzt... Marine, Kriegsführung, Glückstreffer. Okay. Kann ich denn? Nein, ich brauche nur 13.000. Das ist ja schlecht, Dude. Würde ich auch mal so sagen. Ich habe gerade irgendwas ganz komisches gesagt. Aber egal. Machen wir eigentlich noch eine Runde? Oder sagst du eher? Weiß ich nicht, das ist... Wir haben jetzt noch drei Minuten, ne? Drei Minuten schafft man nicht. Außer wie... Du kannst ja... Na, weiß ich nicht. Dauerwerbesendung machen oder so, wenn du willst. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich wusste ja nicht, dass ich hier da gleich rausschnecke. Dann ist diese Folge mal ein bisschen kürzer. Oder ihr wolltet die Dauerwerbesendung hören, wo wir euch alle an den Eiern haben. Oder wenn ihr weitlich seid... Gar nicht mehr die Folgen zu gucken, weil sie Eierverlust haben? Ja. Hör mal auf jetzt! Ey, das geht gar nicht! Ich will meine Produkte verkaufen. Und die Daten! Oh no! Und die Daten, ja! Aber ihr Lieben, ich bedanke mich. Wir bedanken uns für's zu gucken und dann sehen wir uns... Kauf das Papier, Leute! In der nächsten Folge wieder bei der nächsten Dauerwerbesendung von Papier, Klau die Eier und so weiter. Bis dann! Klau die Eier! Klau die Eier! Hä? Tschü tschü! Ciao, ciao!